20.08.2019, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Seit dem letzten Video hat sich einiges getan. Wir haben das lokale High gesehen bei knapp 12.300 Dollar, sind dann auf ein Low von 9.300 Dollar getradet und erholen uns jetzt ein wenig, sind so im Bereich 10.700 Dollar gerade. Und die Frage, die man sich jetzt natürlich stellt, ist, ob das Ganze ein Dead Cat Bounce ist oder ob das irgendwie eine Fortsetzung ist, dieser missglückten Rally. Das Ganze sehen wir uns heute genauer an. Ich habe einige interessante Charts für euch mitgebracht, auch einige Charts abseits der technischen Analyse, sondern eher auf Fundamentalanalyse bezogen, die sich auch für ein Szenario aussprechen, wo man eventuell nochmal günstiger Bitcoins kaufen könnte, bevor sich der übergeordnete Abtrend fortsetzt. Das Ganze schauen wir uns, wie gesagt, in diesem Video an und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Wir starten jetzt hier direkt am Bitcoin-Chart, wo wir gerade eine Reaktion der Käufer sehen. Wir haben gerade diese zwei Tageslows aus dem Markt genommen und sehen jetzt eine explosive Reaktion der Käufer. Das könnte also gut sein, dass wir nochmal diese Information nach oben auflösen, bevor wir eventuell wieder eine größere Korrektur sehen. Das Ganze ist jetzt noch schwierig zu bewerten, da es jetzt gerade in diesem Moment passiert ist. Ich habe noch zwei Positionen offen. Ich habe einmal diesen Bitcoin-Short offen und einmal diesen Ethereum-Short. Der Ethereum-Short ist sehr, sehr klein bemessen von der Positionsgröße, da das Risiko, wie gesagt, über den Daily Chart läuft und der Stopp bei knapp 218 ist. Ich kann euch nur empfehlen, dieses Tool zu verwenden auf BitMEX, um euer Positionsrisiko einzuschätzen. Bei mir wären es jetzt knapp 0,036 Bitcoin. Ich empfehle immer, einen Dollar bei Ethereum dazuzurechnen und bei Bitcoin 10 bis 15 Dollar wegen Slippage. Das heißt, 0,038 Positionsrisiko bei einer 2000-Kontrakt-Position reicht aus. Würde ich das Ganze mit 15.000 Kontrakten spielen, wäre das Risiko schon bei knapp 0,3 Bitcoin, was um einiges zu hoch wäre. Bei der Bitcoin-Position ist der Stopp um einiges enger und es sieht sogar danach aus, als würde ich ausgestoppt werden. Was ich nicht sehen wollte, war folgendes. Also ich war bereits circa hier in dieser Position drinnen, also bei diesem Spike. Dann haben wir dieses Low gebrochen, was ein bearisches Zeichen war. Also Intraday zumindest gesehen, ein bearisches Zeichen. Haben dieses Low regetestet, haben den Stopp nach unten getrailt, haben das Low ein zweites Mal getestet und sind dann nach unten ausgebrochen. Jetzt sind wir wieder darüber. Es sieht so aus, als wäre es erstmal ein Fake-Ausbruch. Wenn wir sehen, das Risiko ist sehr eng bemessen. Ich habe das letzte Monat jetzt mit knapp 0,2 Bitcoin geschlossen. Es gab wirklich nicht mehr viel Neues zu berichten. Deswegen habe ich auch den Account nicht mehr geupdatet. Ich hatte genau noch zwei Trades, die sich genau gegenseitig ausgeglichen haben. Ein Trade war der Short von diesem Level hier mit Stopp knapp darüber hier, wobei der Stopp eher auf einem Lower-Time-Frame-Level passiert war. Mein Problem war folgendes. Ich habe den Take-Profit schon bevor, also der Take-Profit war schon über das System gesetzt und nicht manuell. Das heißt, ich wurde automatisch hier aus dem Track genommen. Ich glaube, es war 10.930. Und der Markt ging natürlich noch tiefer, konnte niemand wissen. Wir hatten hier diese starke Support-Zone. Die wurden alle komplett ignoriert. Und als ich dann diesen Bruch gesehen habe, habe ich die letzten 5, 6 Tage eigentlich erstmal eine Pause gemacht vom Markt, da nach so explosiven, impulsiven Tagen eigentlich relativ wenig zu machen ist, weil man sozusagen eher dazu tendiert, emotionale Entscheidungen zu machen oder irgendwie probiert, noch schnell auf den Short aufzuspringen. Was dann hier passiert ist, die starke Gegenbewegung. Und ja, bleiben wir jetzt hier kurz auf dem 4-Stunden-Chart, da der 4-Stunden-Chart noch ziemlich bullisch aussieht im Vergleich zu den Lower-Time-Frames. Wir sehen gerade hier, dass die Käufer gleich oder direkt von diesem Range-WeWeb in den Markt kommen. Das heißt, wir hatten hier im Juli und im August ein massives Volumen, das getradet wurde. Wir sind dann hier einmal auf diesem WeWeb aufgeprallt. Wir hatten dann hier relativ wenig Reaktionen. Das war auch so der Punkt, der mich so gestört hat in diesem Abverkauf, dass wir auf kein Level eine Reaktion gesehen haben. Und jetzt, wie gesagt, hier der Support, der noch gehalten wird. Ich bin noch ein wenig skeptisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir noch einen entscheidenden Push sehen zu 11.200 hoch. Und von dort sollte sich dann entscheiden, ob wir denn diese Range nach oben auflösen oder ob wir denn fürs Erste in dieser Range bleiben und vor allem diese Lows noch abarbeiten. Ich finde es wirklich sehr, sehr verdächtig, dass der Markt genau zwei dieser sehr, sehr sauberen Swing-Lows einfach offen lässt. Das ist normalerweise nicht der Fall. Also normalerweise, wenn man eine Rallye sieht und wenn man den Markt höher trainiert, sieht, sieht man im Regelfall immer noch, dass die offensichtlichen Lows sehr gerne aus dem Markt genommen würden. Das heißt, selbst wenn wir nochmal unter 9.100 brechen, würde es mich nicht wundern, wenn wir kurz darunter gehen, die Stops aus dem Markt nehmen, und die Leute, die seit hier long sind, um dann diese Rallye vorzusetzen. Ihr seht schon, die rot markierte Zone ist für mich momentan ein sehr, sehr wichtiges Resistance Level. Ich denke, es ist ganz eindeutig. Man sieht es hier auch ganz eindeutig. Wir haben hier diese Zone, ein Touch, zwei Touch, drei Touch, vier, fünf, sechs, sieben. Ihr könnt es selber zählen. Und jetzt eben wieder dieser Aufprall. Das heißt, solange wir hier drunter sind, bleibe ich erstmal bearish. Wir haben auch hier den Monats-WeWeb. Das heißt, es ist ein gleitender Durchschnitt des WeWebs, falls ihr euch den Indikator installieren wollt oder auf den Chart backen wollt. Der heißt WeWeb Standard Deviation Bands Volume 3. Bei Timeframe könnt ihr einstellen Monat, Wochen, Tage, was auch immer ihr wollt. Ich habe den Monats-WeWeb. Das heißt, wir sind hier hochgekommen. Genau hier oben haben wir Resistance erlebt. Und jetzt eben von hier dieser Abverkauf. Das heißt, für mich bleibt es bearish, solange wir unter den 10.900 bleiben. Sollten wir hier drüber brechen, ist die nächste Zone, die ich stark verfolgen werde. Diese 11.200-Zone, einfach aus dem Grund, weil wir von hier auch sehr, sehr viel Volumen getradet haben und weil eben von hier der letzte große Abverkauf war. Das heißt, diese Zonen, die ich jetzt beobachte, sind auf der Oberseite 10.900 und 11.300. Auf der Unterseite wird es ziemlich interessant, wie der Markt reagieren könnte, wenn wir dieses Level untraden. Momentan haben wir ja schon von hier Käufer. Das heißt, der Markt ist noch ziemlich in Kauflaune. Das sieht man hier ganz gut. Wir haben dieses Level hier geformt. Wir kommen hier hoch. Resistance. Resistance. Brechen hier durch. Support. Solange wir hier Support haben, ist ein Szenario auf 11.200 definitiv möglich. Einfach auch aus dem Grund, weil wir hier relativ wenig Resistance geformt haben und von dem Weg nach unten. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum ich denn dann Short im Markt bin. Ist wie folgt. Der Spike sieht jetzt natürlich nicht gut aus, aber vor dem Spike sah es schon besser aus. Meine Reaktion oder mein Anreiz auf den Short war folgender. Wir haben diese Range gestern gehabt von 9.30 Uhr bis 23.30 Uhr am Abend gehalten. Das heißt, ziemlich außergekräftige Range. Wir brechen hier darüber, kommen hier zurück, formen hier Support, brechen darunter. Das war mein Short-Signal. Solange wir unter dieser Range sind im 30-Minuten-Chart, bleibe ich short. Auch wenn die Reaktion hier jetzt schon eher bullish aussieht. Mein Target wäre erstmal gewesen, dieses Low hier. Das heißt, das Risk-to-Reward-Verhältnis ist hier sehr, sehr gut bemessen. Wenn ich das Ganze hier anlege, sollte ich ausgestoppt werden. Das ist definitiv kein Drama für mich, da es für mich wirklich ein Trade ist, der sehr, sehr gut ins System passt. Und dementsprechend auch für mich noch im übergeordneten Downtrend ist, weil, wenn ihr euch das Ganze hier anseht, wir haben hier jetzt dieses High geformt, Lower High, Lower High. Und man muss einfach ausgehen, dass diese Rallye hier auch eventuell eine Rallye ist, in die man reinverkaufen kann. Natürlich, die Frage ist immer, wie hoch geht es jetzt zum Schluss? Wir haben hier Support gerade unter uns von der 200er EMA, von der 50er EMA, von der 20er EMA. Aber für mich ein Setup, was ich so nehmen kann. Und dementsprechend bin ich auch hier noch drin. Das heißt, am Daily Chart auch sieht es wie folgt aus. Am Daily Chart sind wir auch unter diesem Level, solange wir hier drunter sind. Bearish ist einfach die große Clusterzone. Am Daily Chart sind wir jetzt noch besser, solange wir hier drunter sind. Bearish. Und ich gehe davon aus, dass wir eventuell einen Run auf diese Low sehen werden, da, wie gesagt, für mich das sehr, sehr clean aussieht. Und ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, dass wir einfach diesen kurzen Stich darunter machen, auf dieses 8.700er High und von dann wieder nach oben drinnen. Sollten wir hier oben durchbrechen, muss ich sowieso ein Video machen, ein neues Video machen, dass ich dann meine Ansicht komplett ändern würde. Und ja, das wäre es jetzt erstmal vom Chart. Und hier jetzt, wie im Intro schon angesprochen, noch die zwei fundamentalen Charts unter Anführungszeichen. Wir haben hier erstmal die Korrelation des Grayscale Bitcoin Trusts, also einer Aktie, die eben von Grayscale ausgegeben wurde. Und eben die Korrelation mit dem Bitcoin Preis. Und laut diesem Chart sieht man hier schon bei dieser Korrelation, dass die Investoren im Grayscale Bitcoin Trust den Bitcoin derzeit überbewertet sehen und eben auf ein tieferes Szenario von Bitcoin spekulieren. In dem Fall hat dieser Tweetersteller geschrieben, dass er Bitcoin laut dieser Analyse derzeit überbewertet sieht und dass er zwischen 8 und 10k trainen sollte. Ist natürlich auch wieder immer nur so ein Anhaltspunkt, den man nehmen kann. Ich finde die Korrelation natürlich sehr interessant und oft auch schon ausdrückerkräftig. Wir hatten hier die Phase gehabt, wo der Grayscale Bitcoin Trust massiv überbewertet war. Dann dieser Drop hier zusammen mit dem Bitcoin Drop. Dann dieser Drop hier, wo Grayscale auch vor dem Bitcoin stark gedroppt ist. Ja, ist etwas, was man definitiv im Auge behalten kann und was man eben zusätzlich zu den Charts heranziehen kann. Was ich aber noch viel interessanter finde, ist folgender Chart. Wir haben hier im Hintergrund wieder zwei Linien. Wir haben einmal die blaue Linie und einmal die rote Linie. Die rote Linie ist der 30-Tages-Median der aktiven Bitcoin-Adressen und die blaue Linie der 30-Tages-Median des Bitcoin-Preises. Man sieht hier wirklich sehr, sehr stark die Korrelation zwischen den aktiven Adressen und dem Preis. Wir haben hier zum Beispiel letztes Jahr, als wir den 6.000er Floor gebrochen haben, gesehen, wie sehr die Adressen zusammen mit diesem Drop abgenommen haben. Wir haben dann hier langsam diese Divergenz gesehen und hier schon sehr beeindruckend eigentlich, wie wir, während wir in diesen 4.000er, 3.000er Bereichen noch herumgetradet sind, diese Divergenz nach oben gesehen haben zwischen den aktiven Adressen und wo dann schlussendlich auch der Breakout kam im Bitcoin-Preis, gefolgt von den aktiven Adressen. Und ein ähnliches Szenario haben wir jetzt hier gesehen. Wir haben dann hier, 19. Juli 2019, sind die hier. Wir waren hier noch nicht ganz auf dem 13.000er High, aber wir haben im Bereich 11.000 schon eine extrem starke Abnahme der aktiven Adressen gesehen. Woran das jetzt liegt, kann sich jeder selber ausmalen oder ein Szenario finden. Das ist natürlich jetzt schwierig, dem Ganzen nachzugehen. Aber wir haben auf alle Fälle einen sehr starken Drop in den aktiven Adressen gesehen und darauf folgend auch wieder einen Drop in Bitcoin. Laut diesem Chart ist Bitcoin jetzt auch wieder in einem Territorium, wo er eher stark überwertet ist und wo auch dieser Analyst jetzt wieder sagen würde, dass ein Drop in die 8.000er Region in den nächsten 6 Wochen ihn nicht überraschen sollte. Es ist natürlich auch, wie du hier gesagt hast, es ist nur ein Chart, es ist nur eine Korrelation, aber ich wollte euch das Ganze mal zeigen. Ich finde es für mich persönlich extrem interessant, vor allem, wenn man direkt die bisherige Korrelation von diesem aktiven Adressen-Chart oder dieser aktiven Adressen-Linie mit dem Preis vergleicht, finde ich schon diese Divergenz ziemlich interessant. Und es ist definitiv etwas, worüber man berichten kann, worüber man berichten sollte. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, euch hat das Video gefallen. Ich schaue jetzt gerade hier nochmal auf den Bitcoin-Chart. Sind noch hier drunter, solange wir hier drunter sind, bleibe ich noch short. Es kann sein, dass wir hier drüber rennen. Mein absolutes Invalidations-Level wäre hier drüber, über diesem High. Dann wäre es ziemlich wahrscheinlich, dass wir heute nochmal Richtung 11.000 rennen. Bis dahin werde ich dann vielleicht ein neues Video machen, wenn ich es schaffe. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin, euer Chris.